Hallo und herzlich willkommen zur 13. Tür des PvP-Aventskalenders mit der WeiserCube und wir spielen Hardcore-Games. So, wir sind beide Surprise und ich habe meinen Kick nicht mitbekommen. Ist du auch Surprise? Ja. Ich bin Tank. Das heißt, Leute. Na? Äh, Reno. Was war denn Reno noch? Ah, war ich letztes Mal auch und wusste nicht, was das kann. Egal, auf jeden Fall kann ich mit meinem Kit Leute töten und explodieren dann. Und wenn die Explosion wieder jemand anderen tötet, dann explodiert er auch. Das heißt, man kann da so eine coole Kettenreaktion machen. Ähm, wir laufen hier gerade zum Dorf, aber da ist kein Holz, deswegen werde ich mir mal ein bisschen was mitnehmen. Oh, okay. Für ein Schwert oder so. Ja, reicht schon. Oh nein, da läuft noch jemand anderes hin. Ja, bin ich. Achso, okay. Ich habe dich gerade überholt. Ja, GG. Ja, ich brauche halt kein Holz. Braust du nicht? Nö. Jetzt ist der YOLO. Yo! Was? Yo, Epic Loot. Was? Oha! 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 Junge, wie krass, Mann. Ich sage, entweder Fast Full Iron oder gar nichts. Was, scheitest du dich jetzt? Gar nichts. Fünf Samplings, zwei Brote. Achso, wenn ich shifte, baut sich irgendwie so eine Prozentzahl auf. Was war denn das dann nochmal? Weiß ich nicht. Yo, krass, Mann. So, dann gehen wir jetzt in Richtung... Zwei. Oh, vielleicht. Erstmal. Erstmal das. Warte, das wird jetzt sterben. Das hast du ihn? Ja. Ja. Ja, der andere noch. Der hat irgendwas... Oh, das ist kein Schwert, oder? Das kriegt ihn. Das ist ein Stick. Und der ist Monk. Ja, komm, kriegst du auch. Locker. Ja, ja. Also, die haben wir leider kein Schwert. Weil die kann Holz haben. Und der hat häufig... Du musst Richtung zwei, ne? Nicht Richtung drei, by the way. Ich hab zwei gesagt. Achso, okay. Glaub ich jedenfalls. Ich hab mich erst nach drei orientiert, aber ich hab's dann selber... Yo! Oha, man kriegt ja voll den... Ah, jetzt werd ich was können. Oh, ich hab 15. Holz. Rennst du wirklich ziemlich schnell. Oh Leute, Spaß. Ich hab's extra eben noch gemacht. Und rennt schnell. Ja, also wenn ich so Sprinten dabei 100% bin und dann Sprinten loslasse, ich renne nicht einfach so richtig krass schnell nach vorne. Wie du so. Weißt du, Renault zu rossen, ich renne einfach richtig krass an. Ja, geil. Also echt. Guck mal, ich zeig dir das gleich. Ach ja. Gettblut. Guck mal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh lord. Ja, GG, alter. Ja, vorhin war's, ab jetzt noch viel schneller. Oh, ich hab... Ich hab... Zoom noch auf... Ja, je. Wegen... Der 1-6. Hab ich noch nicht umgestellt. Wollen wir gleich mal machen? Ja, ja, klar. Wegen den 1-6. Jo, nicht viele Coco-Beans hier, ey. Ach, Bäume. Gehabt. Nichts dran. Ich hab jetzt schon... 3... Stacks. Ich dick krank, ey. Hier ist ein dickes. Das gefällt mir. Ja, aber hier ist einiges, glaub ich. Und vor allem ist hier halt kein anderer, glaub ich, auch. Vielleicht, eventuell. Ja, das könnte echt gut sein. So, ich mach mir jetzt schon mal Bowls. Ja, ich mach mir richtig viel Bowls machen. Ja, mach mir so 52. Ja, mach... Kannst mir direkt ja welche noch abgeben. Oh, ich will nix mit. Okay. Alter, der ist einfach richtig hoch, so ein Baum. Ich werd' getötet. Ich sterbe! Nein, ich komm, ich komm, ich komm. Er hat ne Faust. Tot. Hast du gerade Boxer? Nö, aber er hat trotzdem ne Faust. Hä? Bist du tot? Nein. Alter, lol. Ich hab grad versucht, den Chat so halbwegs zu lesen. Denk mir so... Äh, 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 äh. Wie meinst du halt ein Boss? Komm, wo. Hm, ich bin nett. Ich hab hier drei. Statt zwei. Hallo. Nicht gern mehr. Hier ist einer. Jetzt geh ich den erst. Du hast keine Bowls, weißt du? Das sind zwei, Achtung. Äh, hart. Kannst du... Äh, drei, drei. Hast du genug? Ja, ich hoffe. Lass auf den erst gehen. Ja, der läuft weg. Lauf, 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 weiter, lauf, weiter. Habe ich? Oh, nice. Jetzt hab ich geboostet. Ich wollt' nein sagen, hab aber nice gesagt. Nein. Mein schwert, gleich kaputt. Alter. Okay. Oh. Jo, Alter. Das ist halt das Dumpel, daran. So, was zieh hier? Brauchst du? Brauchst du? Ja, ja, ja. Okay. Ok, es wäre mal cool wenn der Regen ausgehen würde. Hast du das Steinschwert von ihm gekriegt? Kannst du mir dein Holzschwert droppen? Ja, ist halt fast kaputt, ne? Ja, nur damit ich reparieren kann. So, hier waren noch andere Typen. Oder sind die Toten hier, oder? Nein, auf keinen Fall. Hier, die sind irgendwie hier Richtung Frostfield gegangen. Frostfield Trap oder so vielleicht. Ja, da oben steht einer. Grappler. Ja, kannst du vergessen. Kann man denn nicht hin? Ja, also, der wird sich halt einfach ein Stück weiter hochgrappeln und so. Aber wir könnten es trotzdem machen, oder? Wetter hoch. Ja, ich meine, er kann nicht weiter hoch, nur, oder? Nein, kann er nicht. Können wir hier bauten? Ach so. Nein, können wir nicht. Wir müssen, ja, ja. Oh, ist geschafft. Aber er hält uns runterstrahlen. Ja, sowieso. Boah, ich bin mir hindert, ich krieg's halt gar nicht hin. Wir versuchen ihn einfach. Achtung, Achtung, Achtung. Schön, jetzt. Ja, kriegen. Oder? Oh, es wird knapp von hier. Nee. Okay. Ja, okay, gut. Macht keinen Sinn. Siehst du? Ja, aber er kommt doch runter. Guck, er hat einen Schaden. Nein, nein. Er bleibt da einfach dann. Er kriegt immer nur einmal kurz Schaden und dann, und dann reckt er. Ja. Aber du könntest, wir versuchen weiterzuholen und ich mach schnell zwei Steinschwerter. Nee, egal. Nee, nee, passt. Okay. Ach, verdammt jetzt. Oh, fast. Ja, aber soll das stehen bleiben? Ja. Wenn er das will. Kann sich ja so erstmal eh nix haben. Aber ich mach mir kurz einen Steinschwerter. Nein. Oh, okay. Dann die Geräusche immer. Ja, das ist immer dieses Ansprinden von dem Ding. Video ist doch raus. Pff. Voll geil. Jetzt tracken wir den ganzen Typ. Ich lauf mal in Richtung Null. Ja, jetzt track ich dich. Läuft bei dir? Na, schon. Ah, irgendwie so reicht schon. Okay, was? Richtung, ja. Okay, track ich eh. Immer noch dich. Du machst dich alles kaputt, man. Track wieder den anderen. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja, Richtung Null halt. X Null. Okay. Ah, jetzt track ich Gumeshunk. Die kill ich jetzt. Da kann ich nix. Oh, da ist er. Ich kann... Zwei Leute, ich kann die Schlucht drunter schlagen. Mach das. Okay, gute Idee. Ja. Ja. Ja, der eine ist tot, der andere, äh... Oh, ist auch tot. Sehr schön. Nice. Oh, der hatte Kühe. Oh, geil. Sag mal jetzt kurz, ich komm vorbei. Äh, 172, 78. 122, 78, lol. Ich bin die ganze Zeit nur in die Einrichtung gegangen. Okay, ja, ich würde sagen, ich hab ein bisschen Eisen ab. Ja. Fack an, du schon an, ich komm. Nö, ich mach die Arbeit hier nicht alleine. Doch, doch. Musst du aber. So, oh, dieser Regen, Alter. 178, 70. So, ich bau jetzt erstmal Stein. Minus 70 oder Plus? Plus. Plus 70. Okay. Ich mach's ja doch halbwegs richtig, meine Richtung. So. Dann hätte ich gerne... Eisen und macht was, aber ich habe keine Lust, da runter zu gehen. Deswegen gucke ich jetzt mal hier. Hier. Sehr gut. Hast du noch Seeker-Pearls? Ich bin kein Seeker. Das war letzte Runde. Äh, welche Runde, hä? Was meinst du? Stimmt, das ist ja die erste Runde, die aufnimmt. Ja, der One-Tech-Wonder. Ja, jetzt tief runter, aber ich bleibe mit einer Schlucht hier. Oh, ich dachte schon, die Benz-Borne, aber es war nur so ein Farn, nee, so ein Großgras. Oh man, ich habe keine Lust auf Höhlen. Ich will in der Schlucht bleiben, aber wir sind überall Höhlen und das... Kannst du irgendwo... Oh, yo, ich wäre fast in die Dings gegangen. In die, die. Kann ich was machen? Nö, ich lasse mir gerade Wasser runter. Soll ich eine Leiter setzen? Du, ich kann es gerne hier einblenden, wenn du willst. Ja, mach, gerne. Ja, okay. Dann seht ihr jetzt hier ein kleines... Oh, yo. Dann gibt es jetzt ein kleines Movie von mir, in the queue. Ja. Tag, Alter. Bam. Ja, und da seid ihr wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, und nein, ich mache diesen Leiter-Move nicht. Ich will nicht verkacken. Jetzt kannst du auch nochmal die Clip von davor reinschneiden, wo ich mindestens 10, 20 Leute gekillt habe auf einmal. Hahaha, wie er meint. Wie er meint. Er ist der Oberboss. Okay. Boah, ich bin gerade richtig in der Höhle drin. Ja, ich sehe es schon. Ich habe gar keinen Bock da runter zu gehen. Dann bleibe ich einfach hier oben. Wir wussten hier Eisen. Halbwegs. Ja, hier ist richtig viel. Ich brauche es einfach ab, bis ich nichts mehr finde. Oder bis ich keine Lust mehr habe. Hast du... Ja, hast du eh. Ansonsten ist es mir egal. Was? Ja, ist mir egal. Ne Pick, aber... Oh, yo, oh, yo, der Crappler, der Crappler. Noch eine andere hier oben. Der Crappler. Dreier-Team. Echt? Ja, aber den Crappler müsste ich kriegen. Ja, ich versuche hochzukommen, aber... Naja. Yo, ne, 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 den Crappler kriege ich glaube ich nicht. Ich bin... Versuch, komm, schaffst du. Ey, Q, come on, come on. Ich komme, ich komme, ich komme. Versuch in die Höhle zu laufen, ich bin da. Du hast geschafft? Ne, ich komme. Komm schon, überlebe, überlebe. Hinter dir, lauf weg, lauf weg. Lauf, 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 lauf. Nice. Ja, okay, so knapp warst du noch. Boah, ich hab dir dein Leben gerettet, Junge. Du wärst verreckt. Ach so. Ja, wo ist das andere? Die anderen Leute? Da oben. Die standen da oben. Ja. Das sind, äh... Fata Morganas. Falls das so heißt. Die Pluralform. Ne, Fata Morgana. Ne, Fata Morgana. Du verstehst. Nein, lol. Ich darf jetzt gar nicht loslassen. Das rennt ja voll. Da oben. Siehst du? Zwei Stück. Nein. Alter, bist du blind? Ja, ich gucke halt nicht hin. So. Ein richtig kurzer Name und ein richtig langer Name. Und zwar sind das Leiser Tag und... S-Reson-Gamer-BR. Oh, der ist BR. Der ist BR. Der ist BR, Budi. Oh, ich hab gleich ein Level. Wow, the fuck, Alter. Yo, Alter, diese Sprinten manchmal. Du sneakst halt, irgendwann fängst du halt so richtig monsthaft an zu sprinten. Du fliegst erst mal so 10 Kilometer. Oder manchmal halt bewegst du dich gar nicht. Ich hab diesen Bach noch nicht ganz verstanden. Ja, nice. Aber ich hab auch gerade nur ein halbes Herz bekommen, wo ich... Mehr wie... Was runtergefallen ist. Da oben beim... Ja. Da oben beim Creeper ungefähr sind die. Okay. Wo ist der Creeper? Hinter mir. Ah, ja. Sehe ich. Oder? Ja. Danke. Ey, du schiebst dich vorweg. Ja, Leute, kann ich dich so richtig wegpushen. Ja, schon ein bisschen. Ja, mach mal mehr Öfne. Yo. Yo. Wie geil. Was noch mehr? Ich hab jetzt noch Fleisch und die Kühlküren, die ich dabei hab. Das mal... Da rein, und das da rein. Okay, ich hab auch noch 18 Brot. Das passt halt so englisch. Wie krass unsortiert mein Infist. Machst du das Eisen? Ja, gleich. Aber es geht nicht, das ist ein Chameleon-Kühe. Aber echt jetzt? Ja. Hast du noch Kaktus zufällig? Kaktus, nee. Seh ich so aus, als würde ich Kakteen sammeln. Ja. Oh, jetzt hab ich vorhin zwei Sticks weggeworfen. Egal. Ich hab noch Kohle. So, ich pack hier mal Kohle rein. Ja, du, du. Nee, egal. Oh, reicht sogar für noch zwei Hosen, genau. Was denn? Also, was wolltest du sagen? Nix. Okay. So, der... Warte, ich leg dir hier deine Hose hin. Okay. So, dann kommt das weg. Hast du dich verrechnet? Tatsächlich. Oder? Ah, nee, hier war noch was. Okay. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei dir aus? Wie soll's aussehen? Ja, so... Hast du alles, was du brauchst? Ja. Wie kann ich mir einen Eimer machen? Ja. Hast du noch mehr wie die Steaks? Ja, ich hab Brote. Wer hält die? Ja, ich hab nur einen Steak noch. So. Ja, hier. Dankeschön. So, und dann geht's jetzt nach oben. Ich hab gehört, Autobahn. Okay. Warum? Wasser hochschwimmen. Ach so. Ja, da entbann ich dich. Okay. Nein, ich kann keine Leute entbannen. Also, ihr habt gehört. Einfach ne PN an ihn. Mit, äh, dem Namen. Entbannen mich, entbannen mich. Einfach ein Nickname, reicht so. Hör, die bannen so rum. Oder einfach, einfach so, einfach nur so, entbannen mich. Hä? Man weiß dann schon, wer gemeint ist. Leck der Server oder lecken die? Oder leck ich? Ähm. Ah, no? Ne, ich leck nicht. Ja, die lecken. Ben, du? Die sind gar nicht mehr drauf. Toll. Also sind die ja so ausgetimt? Ja. Bei beiden gleichzeitig. Wahrscheinlich ist ganz Brasilien ausgetimt oder so. Nein. Einfach komplett abgeschossen. Ne, weil, also dass die beide einfach genauso da stehen, ist schon komisch. Ja, die haben uns gesehen, sind, äh, haben Schockstarre bekommen und, ja. Ja, das kann gut sein. Glaub, der ist da oben. Sollen wir hochschwimmen? Hier? Ne, warte, chill mal. Und auch, ne, der ist hier unten. Ja, wusste ich. Echt? Zweier Team, ne? Zweier Team, ich komm. Ich kenne auch kurz ne Spinne, wenn du dich dagegen hast. Nein, 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 nein. Doch, doch, ich brauche nichts fies. Ey! Tim. Ich komme. Erst auf den Kürbis-Typ. Ich geh auf den anderen, weil der, ja, okay, helf dir. Hier ist noch einer gekommen. Oh, ja. Ja, der, den habe ich, der hat das hier, ja. Schönes Ding. Hier, dann noch den nächsten. Wir müssen echt aufpassen, dass ich dich nicht kille mit dem Ding. Gehst du schon nicht. Boost dich? Willst du schon nicht? Oh. Da geh'n zurück. Sei schon robust. Ja, der stirbt. Kill du ihn, sonst. Nein, 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 okay. Ich sterb schon nicht. Ich halte mich jetzt raus. Kill den, kill den, kill den einen, kill den einen. Halte den anderen fern. Ich schub's ihn immer auf den anderen drauf. Fies beginnt, lol. Wo ist Fies? Keine Ahnung. Ich hab' ich gemerkt, dass es angesagt wurde. Hier über uns ist Fies. Über uns ist Fies, ungefähr. Okay. Ja, wo wir hinlaufen? Ja, okay, lass uns Fies. Warte, äh. Weißt du, wo? 82 ist in die Richtung. Hier hinten irgendwo. Ich glaub' ich den der. 82 und minus 33, ja. Wir steuern genau drauf zu. Hier Richtung. Da unten. Scheiße, da oben. Da sind schon zwei, die looten. Okay. Boah, fuck, alter. Ja, hier oben auf dem Berg. Kacke, Mann, wie kommen wir hoch? Blöcke? Hast du welche? Ja, ich match dich denn. Ja, genau. Die kämpfen? Die oder du? Die. Also zwei, die, keine Ahnung. Ja, ich bin allein mit Fies. Ich entscheide erstmal. Auf geht's, get ihr. Schau, ich hab das noch weg. Nice. D-Abo-Sponsor. Schönes Ding. Eisenheim, äh, D-Abo-Dialheim. Gift, TNT. Fleisch. Regeneration, Poison, TNT, TNT. Bin da, Achtung, hinter dir. Äh, Dingensschwert, ah, dirschwert. Ja, wo? In der Kiste, wo du grad drin bist? Hier, geb ich dir. Achtung. Danke. Ja, ich hab voll dir. Ich bin... Hinter dir, hinter dir. E-Dum. Geh du drauf, ich loote noch. Ah, na doch, hab ich ihn erwischt. Nein, aber nur ganz schwach. Ja, äh, Kangaroo. Komm nicht hoch. Du sterben. Weiß. Ja, stimmt. Neue, lieber, lebe du echt lang. Hinter dir, hinter dir. Boah, in Lava-Gesetzen verkackt. Richtiger Bob. Pfeile, Lava-Eimer. Pfeile, danke. Hier, warte, hier sind auch noch Pfeile. Habt ihr wieder reingemacht, ne? Ja. Hier auf der hier, wo ich jetzt stehe. Okay. Ja, ich hab 21 Stück. Okay, passt. Dann suche ich eben aus. Ja, ich pränge, ne? Punkt der Wasch. Ja. Ne, Jolo, äh. Äh. ich hab mir vor der Ferse ist die ganzen Berg runtergefahren, einfach gestorben sonst wäre die nächste, wäre direkt echt die nächste gewesen, weil ich eingeblendet hätte hast du noch Pilze übrig? oder sonst was? nein, den Kokobins ja, ich habe zwei Hotbars willst du zur Hälfte, hier? oh, geschön ein Ding ach Mensch und unter uns, da unten lass das Wasser, ne ich spring hier runter boah, ein bisschen Angst LOL oh nein hast du dir so ein bisschen gedacht, YOLO nee, das war die Rhinoceros Kacke, Alter ach so oh verdammt LOL LOL, steh weiter krass er wollte es, ich wollte erstmal zugucken, aber jetzt hab ich ihm gedacht nein, wenn er es drauf ankommen lässt krass boah, schön gesetzt muss ich mich ein bisschen selber loben die nicht so schön war die eigentlich so schön, weil ich selber drin war hey ich wusste doch, ich sterbe an dieser Kacke du hältst nie einen gedrückt und irgendwann wenn du loslässt, kriegst du einen Boost du weißt aber nie wie der ausfällt anscheinend und auf einmal war der richtig weit er hat geschrieben, ich hacke okay jk verdammt, ich verkackt so ein bisschen äh, wenn ich da aber setze warte ich mal auf mir jetzt tag ne, wie heißt denn das? tag mod full die full gambler er hat full die gegambelt? LOL lol ne, er hatte nicht vielleicht war er mit vorne oben am Tief als erstes ne, er hat gerade geschrieben ah ne, niemand anderes hat es geschrieben, dass er voll die gegambelt hat Junge oh, okay, sein Volk ist kaputt Schwert gedroppt oh, hat Schwert wieder wieder oder wenn okay nein verkackt geworfen, Leute oh, schön, wir kämpfen jetzt äh, in so ne Hülle haha auf geht's nein, ich glaub ich hab noch den Laber einmal hab ich nicht okay er ist tot nice guck ich mal was der so dabei hatte oh, ganz viel Pilze ist weg soll ich nicht mehr ach, kommt keine Lust aber ich hätte gern noch ne, hat er nicht na gut und so es leben noch zwei und der eine hat halt Polti gegammelt ne Ja krass Also sagt er Aber man weiß ja nicht Oh da ist jemand Hallo Hallo Wie spannend das wahrscheinlich gerade bei mir aussieht Man sieht einfach nur so den Minecraft-Dings Und hört Sound noch weiter Geil Wie war das jetzt Wie löst du das aus Wenn du sneakst Lädt sich die Zahl auf Einfach so von 10 bis 100 durch Per Prozent Und sobald du dann Sneaken wieder loslässt In die Richtung wo du gerade hinguckst Kriegst du dann einen Boost Aber der fällt ja immer unterschiedlich aus Da als ich es dir zeigen wollte war der richtig schwach Manchmal sieht man sogar Wie ich in der Schlucht bin Wo ich trotzdem noch auf dem gleichen Block bleibe Einfach nur kurz ansprinthe Obwohl ich 100 habe Und manchmal auch so richtig weit So wie es auch in der Schlucht war Ich sneak nur ganz kurz und Und dort Ich bin so am Rand Sneak so Guck so runter Denk mir so Ich könnte ja Ich könnte ja jetzt das Wasser setzen Und dann meinst du Ach nee ich jump in das andere Und dann will ich gerade Sneak loslassen Um anfangen zu sprinten Um auch ins Wasser zu jumpen Auf einmal Renn ich runter Bin direkt unten tot Krass Und ich glaube ich habe noch irgendwo Während das Gameplay gesagt Irgendwann werde ich daran sterben Oder so Das müsste ich dann schön so mit trauriger Musik So einspielen Ich hätte gedacht du hättest an Falsch angestorben Weil du MLG verkackt hast Nee Das ist es ja nicht Ich war ja an der Kante Hab die ganze Zeit gesneakt Und dann sagst du Oh ich springe da jetzt rein Dann denke ich mir so Ja okay mach ich auch Will Sneak loslassen Um da auch dann rein zu sprinten Und auf einmal Ich renne nach vorne automatisch Durch dieses Reno-Kit Und sterbe einfach Richtig behindert man Oh schade Das hätte auch von meiner Sicht So eine coole Runde werden können Aber Sie müssen ja leider alle Beim Experten gucken Leider Ja Alter das ist die Erste Runde seit zwei Monaten Die ich zweiter bin Immerhin Ja deswegen ja Egal Du hast bei der Leiter gefällt Das war Skill-Fail Bei mir war es einfach nur Kid-Fail Ich kannte das Kid nicht Und öh Nö Das war Genau wie bei Phantom Wenn man das erstmal Phantom probiert Man stirbt einfach Weil man sich denkt so Oh krass Das war so Richtig an 0815 Fail Richtig an 0815 Fail Hashtag 0815 Style So ich laufe jetzt Im letzten hinterher Und der hat doch keinen Fulltime und gegambelt Nee Aber verdammt Nein Kann ich was machen Nein Oh nein Was Was Voll Damage Echt jetzt Ja ich bin tot Eh nicht Nein Stop Achso Echt jetzt Ja das soll ich Ihnen sagen oder Okay Krass Neuer Server Ja Stürb Nee ich bin nicht gestorben Oh Junge Wollte doch Der Maul jetzt Was denn jetzt Alter Ich hab's vergessen Krass Sag nochmal was Ich hab's Hallo Ich hab's vergessen Junge du spielst nicht mehr Du bist wirklich gestorben Nein Ich hör einfach nichts mehr Klicken Ich klicke auch nicht mehr Ich hab mir gedacht Ah Makros an Makros an Genau Ich hab gedacht ich klicke jetzt einfach nicht mehr Weil warum auch Ja kein Plan Oh dieser Spaß läuft die ganze Zeit man Deswegen krieg ich auch nicht Weil die ganze Zeit wegläuft Ich brauch auch keine Enderpolle oder sowas Hier ist glaub ich Ne doch nicht Was denn Also ich schreib mir jetzt Wait Let's do The Wo ist der jetzt Da Ja Nee Ja mach mir's Was denn TNT Challenge Nice nice Get some water So So Jump Jump on there Nee Same time Was So Is das gleichzeit auf englisch Same time Genau Ja To the same time Los Spring auf Komm Dieser Spaß Ja geschafft Okay GG Ja aber er hat's Er hat's nicht gemacht So ein Asi Das ist Also er hat's nicht gewusst Was er machen soll Ach so Oh Von Jetzt Aber ich könnte nicht aufschießen Oh Richtige Asi Ich hab' getroffen Ich hab' getroffen Noo Echt jetzt Ja Ich weiß nicht, ob er deswegen gestorben ist oder so Egal ne Aber Hat dich nicht weiter zu interessieren Ist so Gestorben Was ein Bob Tut mir jetzt ein bisschen leid Aber egal Ich hätte auch so Gewonnen Wenn wir noch Gekämpferten oder sonst Tut ihm eh nicht Weil er hat halt ein Eis los Gut Dann war's das Wir hoffen, dass dir gefallen Ich weiß jetzt nicht, was du alles hochletzt Aber auch einfach die Runde Ja Ich Lad einfach alles hoch Und auch jetzt, wo ich Noch mit dir gelabert hab Und ja Bin grad hier Auf dem Server Und hab grad einfach noch so Ein Jump'n'Run gemacht Oder so Ja, ist okay Gut Endlich mal wieder Hardcore Games Eine Runde gewonnen Ja, bei mir auch Gut Ja, dann war's das Wir hoffen, dass dir gefallen Dann würden wir uns über eine Werte freuen Guckt bei Cube vorbei Mach da auch einen Adventskalender Falls ihr es noch nicht wisst Und Das war's dann Denk ich Ja Hast du noch was zu sagen? Nö Das Wort zum Freitag Zum Freitag Ihr könnt euch mal freuen Weil gleich Kommt noch was Ach ja Und zwar Genau Deswegen ist es auch gar nicht schlimm Dass wir so eine Etwas Dass zumindest bei mir Die Runde etwas verkackt ist Weil ihr könnt euch auf jeden Fall freuen Um 17 Uhr Wird was schönes online gestellt Deutschland gegen Frankreich Tower Battle Ja Viel Spaß auf jeden Fall dabei Echt sehenswert Für jeden Ja Das war's Bis Dann Tschüss Ich habe es Drei Drei